Wusstet ihr schon, dass meine kleine Schwester Katzen liebt? Natürlich wusstet ihr das. Ihr kennt Flora. So wie ihr mich kennt. Ich bin's, Rose. Und ich habe beschlossen, Flora mit einer Katze zu überraschen. Hier in Brindleton Bay soll es jede Menge Streuner geben. Ich bin schon gespannt, wen ich kennenlernen werde. Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der 59. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir ja das Haus der Familie Potter endlich umgebaut. Aber das Speed-Bild ist jetzt noch nicht online. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, was ihr dazu sagt. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Aber über welchen Part wir wirklich sprechen müssen, das ist der vorletzte Part. Dieser war nämlich wirklich, wirklich wild. Den haben wir nämlich mit unserem Jared verbracht und der hat sich einfach Hals über Kopf in die liebe Octavia Schock verliebt und sie am gleichen Tag geheiratet. Und noch weiß niemand der Familie etwas davon. Also er ist ausgezogen, hat heimlich geheiratet und lebt jetzt mit ihr in Del Sol Valley und niemand weiß etwas davon. Und ich habe irgendwie die Vermutung, dass die Familie seinem Geheimnis in diesem Part auf die Schliche kommen wird. Und außerdem möchte ich in diesem Part der Familie endlich eine Katze holen, denn ihr wünscht euch nichts mehr als eine Katze. Aber gut, dann starten wir gleich mal in den Part hinein. Und mit diesem Anblick starten wir in den Part hinein. Unsere liebe Rose verbringt ihre Zeit natürlich mal wieder am Computer. Und zwar moddet sie tatsächlich Sims Forever. Aber ich glaube, sie wird jetzt eine kleine Pause einlegen und wird jetzt einfach mal im Internet surfen. Livia kommt auch noch vorbei. Alles klar, das passt wirklich sehr gut. Denn Rose wird jetzt mal die News checken und auf einmal sieht sie die neueste Schlagzeile. Octavia Bailey hat einen neuen Mann und es ist niemand geringerer als ihr Bruder, ihr Zwillingsbruder Jared. Er hat geheiratet und lebt jetzt in Del Sol Valley. Und nun ist Rose auf sein Geheimnis aufmerksam geworden und Livia hat das Ganze auch mitbekommen, da die einfach ins Zimmer gestürmt ist. Und sie unterhalten sich jetzt auch gerade drüber. Und Rose wird ihrer kleinen Schwester jetzt mal einen Familienrat geben und sagen, ich weiß, Jared ist erwachsen, aber wir müssen es trotzdem Mom erzählen. Er kann nicht einfach heimlich heiraten und abhauen und keinem Bescheid geben. Das geht einfach nicht. Und ja, wie wir sehen, Livia ist das Ganze eigentlich ziemlich egal. Aber wie Rose gerade ihrer Schwester erzählt hat, ihr ist es nicht egal. Und Emma wird es ganz sicher auch nicht egal sein. Deshalb, oh perfekt, Emma kommt auch dazu. Emma, warum wäschst du denn hier ab? Wir haben doch jede Menge Waschbecken unten. Aber egal. Rose wird jetzt aufstehen, wird zu ihrer Mutter hingehen, wird ihr erst mal den Tag verschönern und sagen, danke Mom für mein neues Zimmer. Es sieht wirklich großartig aus und ich liebe es. Danke für alles. Und dann wird sie aber gleich mal die dramatische Geschichte erzählen, die sie gerade in der neuesten Klatschzeitung gelesen hat. Und zwar wird sie sagen, Jared wurde von der Polizei abgeholt, weil so viele Paparazzis vor Ort waren. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Also ich habe mitbekommen, ich fange jetzt mal ganz von vorne an. Ich habe mitbekommen, wie er diese Octavia kennengelernt hat. Du weißt schon, Octavia Bailey, die wohnt ja in Delsol Valley. Die ist ja bekannt für, ja für was ist sie eigentlich nochmal bekannt? Ich habe keine Ahnung, aber man kennt sie einfach. Also ich schätze, sie ist einfach so wie die Kardashians in real life. Die kennt man einfach und niemand weiß eigentlich warum. Und dann wird sie die Geschichte weitererzählen und einfach sagen, ja wir waren da in diesem Club nach dem Abschlussball und auf einmal hat er angefangen mit dieser Frau zu sprechen. Und ich habe schon gesehen, dass er sie toll findet. Aber ich habe mir nicht wirklich was dabei gedacht, weil es ist Jared. Jared findet einfach immer alle toll. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so eskaliert. Aber dann müssen sie das Gespräch leider auch schon beenden. Denn der kleine Oran ist jetzt hinzugekommen. Und ich weiß nicht, ob er dieses Gespräch hören sollte. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Rose vielleicht nicht die besten Dinge über ihren Bruder zu sagen hat. Immerhin war das alles sehr bestürzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm auch unterstellt, dass es nur wegen dem Geld war. Auf jeden Fall verliert Emma natürlich keine Zeit. Und oh mein Gott, Violet kommt uns besuchen. Wir haben leider gerade keine Zeit für dich. Denn Emma muss jetzt ihren ältesten Sohn besuchen und mit ihm schimpfen. Also ich weiß nicht, ob sie mit ihm schimpft. Aber ich könnte mir das schon vorstellen. Irgendwie schon ein bisschen hinterlistig. Er ist einfach allein abgehauen. Hat keinem Bescheid gesagt. Und wo ist noch mal Delsol Valley? Ich vergesse mal alles. Hier, dann reisen wir nach Delsol Valley. Oh, die sind auch noch gespielt. Das muss ich dann natürlich weggeben. Und hier wohnt Bailey Moon. Octavia Bailey und Jared Clay Bailey? Er hat ihren Namen angenommen? Wie süß. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich glaube, sie wird allein hinreisen. Oder sollen wir jemanden mitnehmen? Ja, ich glaube, wir nehmen Violet mit. Wir können ja sagen, Violet ist auch aus dem Grund die Familie besuchen gekommen. Einfach, weil sie das auch im Internet gelesen hat und gedacht hat, hey, ich muss auf jeden Fall mit Mom drüber sprechen. Und wir müssen zu Jared gehen. Immerhin gehen die beiden davon aus, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Ob es ein großer Fehler ist, das wissen wir ja noch nicht. Schreibt mir da eure Meinung wie immer sehr gern in die Kommentare. Ich kann es jetzt wirklich noch nicht einschätzen. Also, ob er es nur wegen dem Geld gemacht hat oder ob er sie wirklich liebt. Ich weiß nicht. Es war schon alles sehr, sehr schnell. Aber Emma wird ihre Tochter jetzt einfach mal umarmen. Wer bist denn du? Oh, ich dachte kurz, das ist der Ex-Mann von Octavia. Aber nein. Und hier drin habe ich ihn schon gesehen. Hier geht unser Jared. Und dann werden sie jetzt einfach mal an die Tür klopfen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Gespräch verlaufen wird. Wie Emma sich verhält? Ob die beiden sehr streiten? Ob er sich verständnisvoll zeigt? Ob er sich entschuldigt? Ich kann es noch überhaupt nicht einschätzen. Oh. Oh no. Es ist noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Der Ex-Mann von ihr ist da. Er ist in ihrem Haus. Oh no. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum er da ist. Er ist unfassbar wütend. Oh Gott. Er ist so wütend. Und wieso ist er in unserer Gruppe? Ich habe keine Ahnung. Und Octavia scheint gar nicht hier zu sein. Oder? Also ist tatsächlich nur Jared da? Und Octavias Ex-Mann? Oh nein. Hier ist Octavia im Abendkleid hier in der... Ja, was ist das für ein Raum? Ich habe keine Ahnung. Im Künstlerraum? Ich glaube, das ist ein Künstlerraum. Ja gut. Schön. Finde ich großartig. Hier geht es ganz schön spicy zu. Und Emma wird jetzt natürlich zu ihrem Sohn stürmen und wird ihm jetzt einmal verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Normalerweise ist Emma ja nicht so. Aber ich glaube, sie ist gerade einfach wirklich schockiert, zu was ihr Sohn imstande ist. Und er fühlt sich noch sehr selbstsicher. Na dem scheint es gut zu gehen. Sie schreit ihn jetzt an und sagt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Warum habe ich über das Internet erfahren, dass du verheiratet bist? Was ist nur los mit dir? Was ist aus dir geworden? Dann werden sie einmal über Hausregeln streiten. Und Emma wird sagen, du bist vielleicht schon erwachsen, aber du bist immer noch mein Kind. Du hast unter meinem Haus gelebt und jetzt ziehst du einfach aus. Und er schreit einfach zurück und sagt, ich habe mich eingesperrt gefühlt in Hanford und Bagley. Ich musste einfach raus. Und Emma ist halt einfach nur so, ja, du musst raus. Du hast dich eingesperrt gefühlt und dann heiratest du die erstbeste Frau, die da herläuft, nur weil sie ein schönes Haus hat. Dann wird sie ihn noch einmal anbrüllen und einfach sagen, du bist wie dein Vater. Und dann werden sie nochmal über Hausregeln streiten. Und ich glaube, diese Aussage trifft Jared ganz, ganz schön, denn sein Vater ist immerhin der gute Raoul und mit dem haben wir ja wirklich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und Jared hat ja auch überhaupt keinen Kontakt zu ihm. Hat sie nie wirklich Kontakt zu ihm? Und jetzt muss er sich das von seiner Mutter anhören. Aber Emma ist einfach nur überfordert mit der Situation und irgendwie hat sie auch das Gefühl in der Erziehung versagt zu haben. Und nun wird sie ohne ein weiteres Wort einfach gehen, während Jared sich hier im Badezimmer anpinkelt. Wunderschön. Das war eine grandiose Interaktion. Ich weiß nicht, wie lange die beiden jetzt böse aufeinander sind und wann sie sich wieder versöhnen. Falls ihr da Ideen habt, schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, es braucht noch ein wenig Zeit und Violet wird jetzt einfach mitkommen. Vielleicht werden wir jetzt für die Familie noch etwas schnelles zum Abendessen kochen und sie werden alle einfach versuchen, sich zu beruhigen. Und ich bin schon gespannt, wann Jared wieder Teil ihres Lebens sein wird. Ich hoffe, sie bleiben nicht für immer zerstritten. Das wäre sehr, sehr traurig. Aber manche Familien zerstreiten sich eben. Das ist nur realistisch. Und ja, meiner Meinung nach war das, was Jared gemacht hat, nicht sonderlich okay. Vielleicht hat Emma auch überreagiert, aber Menschen reagieren eben manchmal über. Das passiert einfach. Aber Emma wird jetzt gemeinsam mit Violet etwas kochen. Also Violet war ja noch nie die größte Köchin. Aber ich glaube, die beiden wollen sich einfach noch ein bisschen unterhalten. Ja, was könnten sie eigentlich machen? Sie essen einfach gemeinsam Knoblauchnudeln. Wir haben heute Sonntag. Wie geht's denn eigentlich den Kids? Ja, Rose geht es gut. Die könnte eigentlich mal schauen, ob sie... Ähm, Livia, was machst du da am Computer? Hast du nicht einen eigenen Computer? Das ist doch ein eigenen Computer. Livia, geh hier nach unten und recherchiere noch ein bisschen über Vampire. Das machst du ja am liebsten. Deine Schwester braucht nämlich ihren Computer. Denn wir müssen mal checken, wie es denn eigentlich mit den Stipendien aussieht. Stipendien, Bewerbungen um Stipendien prüfen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir uns nämlich schon vor längerem beworben. Und ich glaube, da sollten wir sehr, sehr bald schon die Ergebnisse haben. Ich weiß jetzt übrigens gar nicht, was ihr davon haltet, dass Rose noch eine Weile bei uns lebt. Ich hoffe natürlich, ihr freut euch. Aber ihr mögt Rose ja eigentlich alle sehr gern. Deshalb glaube ich schon, dass ihr damit einverstanden seid. Oh, Stipendienstatus. Bildung für alle 500 Simoleons? Aber nicht gewährt wurde E-Sports? Okay, keine Ahnung, warum wir das nicht bekommen haben. Und sie hatte gerade mit irgendjemand ein negatives Gefühl. Was ist schon wieder auf Sozialhase passiert? Ähm, ja. Der Creepy Dominic macht Kissenschlachten. Rose schwärmt über Livia. Und Jared schreibt, jeder braucht so eine beste Freundin wie Rose. Ein Leben ohne sie ist unvorstellbar. Oh mein Gott, wie süß ist das? Ja, und ansonsten? Okay, irgendwie war da alles von null Minuten? Hä? Ich verstehe es nicht ganz. Gut. Es sind sehr viele Nachrichten passiert. Ivo war am Abschlussball? Das Etikett kratzt. Die Musik ist laut. Die Schuhe sind eng. Ich bereue es, beim Abschlussball zu sein. Ist das schlimm? Ivo, du bist ein erwachsener Mann. Was machst du beim Abschlussball? Das ist creepy. Ich habe jemanden mit Speiseresten zwischen den Zehen gesehen. Wie peinlich. Okay, ich verstehe Sozialhase nicht. Finde ich toll. Aber ich glaube, haben wir auch eine Nachricht bekommen? Jared Clay, hast du mal darüber nachgedacht, Gitarre zu lernen? Ich glaube, du rockst. Und Dominic war einfach gemein zu uns. Deine Followerzahl und du stimmen komplett überein. Du null. Mein Gott. So ein nerviger Sim. Den möchte ich nie wiedersehen. Aber ich glaube, Rose wird jetzt einfach mal Jared schreiben und wird ihm eine freundliche Nachricht schreiben. Und ja, hier hat sie geschrieben, Jared, was geht? In Wirklichkeit schreibt sie einfach, Jared, ich habe gelesen, was du gemacht hast. Ich musste mit Mom darüber reden. Ich hoffe, du verstehst das. Und ich hoffe, es geht dir gut. Falls du jemanden zum Reden brauchst, ich bin immer da und du solltest dich bei Mom entschuldigen. Ich glaube, sie war wirklich verletzt und wäre natürlich gern bei deiner Hochzeit dabei gewesen. So wie wir alle. Und jetzt schauen wir eben, ob Jared sich meldet. Ich hoffe sehr, er meldet sich. Aber das weiß man ja nie so genau. Aber dann können wir uns jetzt gleich mal an der Universität bewerben. Ich weiß noch gar nicht, was sie überhaupt studieren soll. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht was mit Videospielen? Ich weiß nicht, ob es da ein Studium gibt. Ich weiß gar nicht, was man studieren kann. Ach, ich bin gerade so lost. Aber falls wer von euch eine Idee hat, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich sehe sie nämlich irgendwie so in der Videospielkarriere, aber ich weiß jetzt nicht, was es da gibt. Ich muss mir das ganz kurz mal anschauen. Und ich habe auch keine Ahnung, ob es da ein Studium gibt, das überhaupt dazu passt. Was gibt es hier denn? Technik-Guru. Ja, vielleicht sowas. Da könnte sie E-Sportlerin werden oder Startup-Unternehmerin. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich weiß nur nicht, ob wir dafür das passende Studium finden. Videospiel-Streamerin. Oh mein Gott, das wäre ja auch großartig. Das wäre so cool. Das wäre aber irgendwie auch cool, wenn wir das mit Livia dann machen, wenn sie auszieht. Nein, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was wir mit Livia dann machen, also wie Livia dann Geld verdienen soll. Wenn ihr da eine Idee habt, schreibt mir die natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich bin da gerade irgendwie, ja, ein wenig unschlüssig. Aber für unser Bestreben, glaube ich, werden wir gleich mal die Debattierfähigkeit ein wenig lernen. Ich hoffe, dafür gibt es ein Buch. Aber normalerweise gibt es dafür ja immer Bücher. Ja, nein, gut. Irgendwie habe ich kein Buch gefunden. Egal. Geh einfach zocken. Rose, geh einfach zocken. Du darfst in einem Anfängerturnier teilnehmen. An einem Sims Forever Anfängerturnier. Warum nicht? Violet und Emma haben in der Zwischenzeit fertig gekocht und essen auch schon. Livia ist tatsächlich schon im Bett. Ja, okay. Es ist 23 Uhr, das ist schon in Ordnung. Flora schläft auch schon und Orin auch schon. Oh mein Gott, was haben wir eigentlich für brave Kinder? Die sind einfach von allein alle ins Bett gegangen. Also ich habe ihm jetzt dieses Bett gegeben. Ich finde, das passt hier ganz gut rein. Ich weiß wirklich noch immer nicht, wie ich das vergessen konnte. Flora kann ihr Bett auch nutzen. Das ist doch toll. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und dann kann unsere Rose eigentlich auch ins Bett gehen. Wie gesagt, ich möchte nämlich, dass wir uns morgen eine Katze mit ihr holen. Ja, Emma, du kannst eigentlich auch ins Bett gehen. Gehen einfach alle schlafen. Denn wie gesagt, morgen möchte ich uns eine Katze holen. Violet ist übrigens immer noch da. Es ist halb zwei Uhr früh und sie tänzelt durchs Haus und macht alle möglichen Sachen. Wieso stellst du schmutziges Geschirr auf den Boden? Ja gut, dann räume ich das halt weg. Was tut sie jetzt? Okay, ich glaube, jetzt ist sie endgültig verschwunden. Auf jeden Fall. Oh, Rose ist noch immer wach. Ähm, sorry, Girl. Ich wollte dich schon längst ins Bett schicken. Ich dachte, du schläfst schon. Geh noch schnell auf die Toilette und dann geh schlafen. Äh, Naga Rave. Wir haben, ähm, einen Hamster? Ich habe doch noch nie einen gekauft. Ich habe doch nur das Ding gekauft. Wieso haben wir da automatisch einen Hamster? Aber finde ich cool. Was ich eigentlich schon die ganze Zeit versuche zu sagen. Morgen möchte ich mit Rose nach Brindleton Bay reisen und wir suchen uns eine Katze. Und wie nennen wir unseren Hamster? Hamsterli. Ich finde Hamsterli eigentlich eh süß. Ja gut, das ist unser Hamsterli. Und wenn Flora aufsteht, wird sie den einmal füttern. Dann wird sie einmal mit ihm spielen und ihn studieren. Ähm, ja, eigentlich nicht jetzt um drei Uhr früh. Aber gut, dann steht sie jetzt halt auf, kümmert sich um den Hamster und kann dann wieder ins Bett gehen. Aber ich freue mich schon sehr auf unseren Ausflug morgen. Ich hoffe, wir finden eine passende Katze. Am besten wäre es natürlich, wenn sie schwarz ist. Aber schauen wir einfach mal, wen wir so kennenlernen. Und jetzt haben wir sieben Uhr früh. Bis auf Rose sind tatsächlich schon alle wach. Emma geht schnell auf die Toilette und Livia frühstückt hier gemeinsam mit ihrem Bruder, der noch schnell die Hausaufgaben macht. Wie könnte es anders sein? Und zwar frühstückt sie die Knoblauchnudeln von gestern. Kann sie natürlich sehr, sehr gern machen. Was wünscht sie sich hier? Die Dahingeschiedenen betrauern, weil düster ist. Ja gut, dann kannst du ja einmal unseren Hund betrauern. Wo haben wir denn? Hier. Um Koko trauern. Wenn sie das möchte, kann sie das natürlich sehr gern machen. Und unsere Emma wird sich dann gleich mal um unsere Hühner kümmern. Dann wird sie sich noch um unsere Kuh kümmern. Dann muss sie sich noch um den Garten kümmern. Wie immer, es ist jede Menge zu tun. Und alle Kinder werden heute auch allein zur Schule gehen. Denn wie gesagt, ich möchte heute noch ein bisschen mit Rose spielen. Vielleicht können wir ja auch auf die Uni schauen. Aber auf jeden Fall werden wir eben Brindleton Bay einen Besuch abstatten. Ich finde, wir haben bisher sowieso viel zu wenig Zeit mit unserer Rose verbracht. Und sie ist so ein toller Sim. Das heißt, ich finde, jetzt ruft uns Lukas schon wieder an. Mach, was du willst. Ich verstehe nicht, warum der uns jetzt immer nervt. Das kapiere ich einfach nicht. Der wollte doch nichts zu tun haben mit uns. Und auf einmal ruft er Emma gefühlt in jedem Part an und fragt, hey, soll ich mich mit dem anfreunden? Oder soll ich mich mit dem anfreunden? Das nervt. Laura, wieso bist du nicht in der Schule? Und die Hausaufgaben hat sie natürlich auch nicht gemacht. Sie kommt am ersten Schultag zwei Stunden zu spät und hat keine Hausaufgaben. Großartig. Das ist einfach großartig. Schummeln beim Test. Livia wurde heute dabei erwischt, wie sie während eines Tests mit Handy nach Antworten suchte. Sie wurde ins Sekretariat geschickt. Jetzt können wir sagen, der Test sollte ohne Handy wiederholt werden. Es reicht, wenn der Test als nicht bestanden gilt. Sie sollte sich bei der Klasse entschuldigen. Ich glaube, dass Emma jetzt bei unserer Livia versucht, strenger zu sein. Denn wenn ihr euch daran erinnert, wir hatten ja bereits zwei andere Kinder, die ein wenig wie Livia waren, also immer die Grenzen austesten und gerne Blödsinn machen. Das war einmal die Violet und einmal Jared. Und Jared hat Emma ja mit seinem Verhalten jetzt auch wirklich enttäuscht. Und ich glaube, sie wird jetzt bei Livia versuchen, strenger zu sein. Einfach, weil sie Angst hat, dass sich sonst das Ganze nochmal wiederholt und sie auch von ihr enttäuscht wird. Deshalb sagen wir, der Test sollte ohne Handy wiederholt werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt das strengste war. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, Rose, wie geht es dir denn? Perfekt. Rose, geht es eigentlich schon ziemlich gut. Dann können wir mit ihr jetzt gleich mal nach Brindleton Bay reisen. Und sie ist sehr, sehr wütend. Perfekt. Ist doch einfach großartig. Ich war schon so lange nicht mehr in Brindleton Bay. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich das letzte Mal dort war. Waren wir in dieser Familie überhaupt jemals in Brindleton Bay? Das ist hundefreundlich. Aber wir suchen eine Katze. Was ist denn Katzentreffpunkt? Ja, aber das ist ein Wohngrundstück. Das finde ich nicht toll. Ja, gut. Reisen wir einfach mal hier hin. Ich werde jetzt einfach mal schnell die Welt bearbeiten und dem Park auch noch Katzentreffpunkt hinzugeben. Einfach, dass wir sicher auch eine Katze treffen und hier nicht nur tausend Hunde sind. Und hier sind wir wieder. Oh Gott, wir haben gerade Rechnungen bekommen. Gut, die können wir uns nicht leisten. Aber zumindest holen wir uns jetzt eine Katze. Ich kann gut mit Geld umgehen. Einfach großartig. Also wir reisen jetzt hier zum Park. Und wie ihr seht, der Park ist jetzt katzenfreundlich und auch ein Katzentreffpunkt. Das heißt, ich hoffe, wir treffen auf Streuner. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das das letzte Mal in meiner Werwolf-Challenge probiert und das ging komplett nach hinten los. Also ich habe da, glaube ich, stundenlang gesucht und einfach keinen Streuner gefunden. Aber ich hoffe, heute läuft es besser. Oh mein Gott, Rose, du bist so süß. Ich glaube, ich habe sie noch nie in diesem Outfit gesehen. Sie braucht aber auch dringend mal ein Erwachsenen-Umstyling, damit sie dann der Uni gerecht wird. Was hat sie im Inventar, was sie wegwirft? Keine Ahnung. Gut. Oh, hier ist doch gleich ein kleines Tier. Wer bist denn du? Hier haben wir gleich eine Katze. Hallo, hui. Oh mein Gott, du bist so süß. Er hat einfach zwei verschiedene Augenfarben. Okay, stell dich vorsichtig bei ihm vor. Da ist noch eine Katze. Okay, der ist aber kein Streuner. Alles klar. Der ist kein Streuner. Und die Katze ist ja auch ziemlich schwarz, also wird von dem her auch gut zu Livia passen. Stellen wir uns einfach mal vor bei ihr. Und magst du uns keine süße Katze? Oh. Ja, dann werden wir sie jetzt einmal streicheln. Dann können wir einmal ein Leckerchen geben und dann werden wir sie einmal loben. Läufst du weg? Bitte lauf nicht weg, Katze. Ähm, Katze, ich möchte dich doch adoptieren und lieben. Warum läufst du von mir weg? Okay, sie läuft nicht weg. Sie möchte nur hier oben chillen. Das ist natürlich absolut in Ordnung. Rose, kommst du bitte her? Oh, ich glaube, sie hat Hunger. Rose, jetzt beeil dich mal. Komm her, streichel sie. Und dann kannst du ihr ein Leckerchen geben. Irgendwie bewegt sich Rose nicht. Dafür kommt die Katze wieder zu uns. Was ist denn eigentlich schon wieder los? Ich verstehe mein Spiel nicht. Ich glaube, langsam das Spiel wird mich veräppeln. Äh, Rose. Ich glaube, sie buggt. Nicht buggen. Okay, setzen wir sie mal zurück. Ich ziehe ihr mal zu Sicherheit etwas anderes an. Irgendwie habe ich das Gefühl, es liegt an ihren Klamotten. Ziehe dir mal dein Alltagsoutfit an. Und jetzt kannst du dich wieder bewegen. Ja, gut. Wo ist jetzt die Katze? Ist das Navai? Hey, Navai. Das ist ja eine Freundin von Daisy. Die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Aber egal. Wir sind jetzt aus einem anderen Grund hier. Rose, du gehst jetzt zu dieser Katze und wirst ihr ein Leckerchen geben. Hui, heißt die Katze. Ich finde den Namen irgendwie nur mittel cool. Aber vielleicht können wir die Katze ja noch umbenennen. Also es ist ein Kater. Rose, kommst du jetzt? Wieso kann Rose nicht mit der Katze interagieren? Ich setze sie auch mal zurück. Das war ein Fehler. Oh nein, hier ist sie. Okay, ich dachte schon, sie ist verschwunden. Rose, könntest du jetzt bitte zu dieser Katze gehen und ihr ein Leckerchen geben? Das gibt es doch nicht. Ja, okay. Es scheint endlich zu funktionieren. Ich sag's euch. Sims 4 möchte nicht, dass ich Katzen oder Hunde adoptiere. Und deswegen ist das bei mir immer verwackt. Und Rose gibt dem Kater jetzt ein Leckerchen. Oh, und er mag uns nicht mehr. Was ist mit dir? Entschuldigung. Du bist eine süße Katze. Wir werden dich jetzt einmal streicheln. Dann werden wir einmal mit dir reden. Dann können wir dich noch loben. Und dann geben wir dir noch ein Leckerchen. Weil du hast doch Hunger. Das habe ich vorhin gesehen. Ja, siehst du? Oh, der Arme hat Hunger. Und Rose ist jetzt traurig? Wegen dem Sinn des Lebens. Same Rose, same. Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage werde ich mir hier nicht stellen. Das ist zu tiefgründig für ein Sims Let's Play. Aber falls du tiefgründige Gespräche magst, schau sehr gerne auf Twitch vorbei. Ich weiß nämlich auch nicht, warum. Aber irgendwie haben wir in jedem zweiten Stream ein unglaublich tiefgründiges Gespräch. Und wer weiß, vielleicht wärst du ja gerne dabei. Ja, ansonsten laufen hier eh keine anderen Katzen herum. Aber eigentlich brauchen wir auch keine andere. Denn ich finde Hui einfach großartig. Oder wäre ein Hund? Oder wäre noch eine Katze? Shadow. Okay. Oh mein Gott, Shadow ist ja auch süß. Oh mein Gott, aber der war kein Streuner. Ist mir egal. Ich möchte ihn anschauen. Oh mein Gott, wie süß bist denn du? Ja, Shadow wäre auch unglaublich süß. Aber wir haben jetzt eh schon Hui. Ich weiß gar nicht, warum ich noch weiter suche. Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Ich glaube nicht. Gut. Rose, freunde dich noch ein bisschen besser mit der Katze an. Dann wirst du einmal die Freundschaft anbieten. Und ich hoffe, wir können sie dann schon bald adoptieren. Oh, ich freue mich so. Wir haben bald eine Katze. Und das ist ein Männchen. Und am coolsten wäre es, wenn wir dann ein ganz schwarzes Weibchen haben. Und dann könnten die beiden Babys zusammenbekommen. Und dann könnte eines dieser Babys mit Livia gemeinsam in die Stadt ziehen. Das würde ich cool finden. Gut. Rose, du schaust jetzt nicht in die Wolken. Du adoptierst jetzt eine Katze. Das finde ich voll süß. Und schreibt mir natürlich Namensvorschläge sehr, sehr gerne in die Kommentare. Weil, wie gesagt, Hui werde ich eher nicht beibehalten. Oh, funktioniert es schon wieder nicht mehr? Ach, Spiel. Ich möchte die Katze adoptieren. Okay, ich setze sie mal wieder zurück. Zurücksetzen. Adoptieren. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir gerade so backt. Die Katze adoptieren? Okay, perfekt. Rose fragt jetzt den kleinen Hui, ob er nicht bei uns leben möchte. Wir haben ein großes Haus. Wir haben einen großen Garten. Wir können dich immer füttern. Bei uns wird es dir ganz, ganz sicher besser gehen. Und ich hoffe, er möchte bei uns leben. Flora würde sich so freuen, weil Flora ist ja eine Katzenfreundin. Und ich schätze, Rose weiß, wie sehr sie sich eine Katze wünscht. Und hat deshalb gedacht, in Brindleton Bay gibt es so viele Streuner. Da schaue ich am besten einfach mal, ob ich eine kleine Katze für meine kleine Schwester finde. Ja, irgendwie funktioniert es noch immer nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr da auch immer solche Probleme habt. Ich weiß nicht, ob ich die Probleme schon mal hatte. Aber irgendwie funktioniert jetzt gar nichts. Und jetzt kann ich sie auch nicht mehr adoptieren. Wieso ist er denn jetzt kein Streuner mehr? Okay, das ist mir jetzt egal. Ich werde ihn jetzt einfach so zur Familie hinzufügen. Ich weiß nicht, was da jetzt schiefgelaufen ist. Aber auf jeden Fall, Hui lebt jetzt bei uns. Und gemeinsam mit ihm werden wir natürlich gleich nach Hause reisen. Denn wir müssen ja jede Menge Sachen kaufen. Immerhin hatten wir noch gar keine Katze. Wir hatten ja nur mal einen Hund, also unseren Coco. Aber der ist ja leider schon vor längerem verstorben. Das heißt, es wurde jetzt wirklich mal Zeit für ein neues Haustier. Und wir sind wieder da. Die Kids sind tatsächlich noch in der Schule. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit gleich mal alles Nötige platzieren. Wir haben leider auch nicht wirklich Geld. Aber das ist nicht so schlimm. Das haben wir zumindest schon. Ähm, Move Objects On. Keine Ahnung, warum das da nicht oben stehen kann. Können wir das in eine Katze ändern? Okay, nein. Schade. Egal. Wir lassen das jetzt trotzdem. Dann brauchen wir natürlich noch ein Katzenklo. Ja, wo haben wir denn Platz für ein Katzenklo? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht auch hier im Vorzimmer. Hatten wir hier nicht mal eine Bank? Okay, ich weiß nicht, wo die Bank hin ist. Aber ist nicht so schlimm. Dann werden wir hier den Tisch hinstellen und hier ins Eck kommt. Ja, nehmen wir einfach das ganz normale Katzenklo. Das passt ja eigentlich ganz gut hin. In diesem Goldton. Warum nicht? Und dann, oh, das ist ein süßes Bett. Ja, ein Bett kommt auf jeden Fall in das Zimmer von Flora, wollte ich sagen. Aber das geht sich leider nicht aus. Ist nicht so schlimm. Dann schläft unser Kätzchen einfach hier. Also hier haben wir ein Katzenbett. Und ein zweites Katzenbett geben wir aber auch noch nach unten. Oh, wie süß. Ja, das ist das zweite Katzenbett. Aber wo könnten wir das hingeben? Das hat leider nicht so gut Platz. Wobei vielleicht hier? Nein, das sieht leider ein bisschen blöd aus. Dann nehme ich doch nochmal das kleine. Ich hoffe, sie hat da oben Platz. Aber normalerweise schon. Nehmen wir das. Das passt irgendwie ziemlich gut zur Küche. Oder eher da hinten. Da hinten ist es, glaube ich, besser. Ja. Das passt doch gut. Und hier haben wir einen Ball. Den geben wir da hin. Brauchen wir sonst noch etwas? Oh, stimmt. Kratzbaum wäre natürlich gut für eine Katze. Ja, sowas wäre halt schon perfekt. Wir haben unglaublich viel Geld. Deshalb bekommt unsere Katze den größten Kratzbaum der Welt. Aber ich finde den, nein. Ich finde den eigentlich am schönsten. Ich nehme alles zurück. Ich finde den doch besser. Aber dann gebe ich dich einfach hier oben hin. Wo könnten wir dich hinstellen? Ich bin so unentschlossen. Warum bin ich eigentlich immer so? Geben wir den da oben hin. Und diese Pflanzen stellen wir einfach hier ins Eck. Ich glaube, das passt so besser. So. Ja. Und hier in die Ecke kommt dann der Kratzbaum. Perfekt. Und wir haben noch sechs Simoleons. Was tue ich eigentlich immer mit dem ganzen Geld? Einfach großartig. So. Soll Livia den Klassenkameraden Mirko zu sich einladen? Ja, klar. Wer ist eigentlich Mirko? Ich habe keine Ahnung, wer Mirko ist. Oh, nein. Das war Jonas. Ich wollte sie mit Jonas verkuppeln. Ich weiß nicht, wer Mirko ist. Ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall wird unsere kleine Flora jetzt gleich mal zu unserer Katze gehen. Wo ist denn Hui? Ja. Das ist jetzt halt ein sehr blöder Name. Oh mein Gott. Sie denkt auch gleich an Flora. Wie süß. Flora wird ihr jetzt mal ein Leckerchen geben. Dann wird sie einmal mit Laserpreinter spielen und ihr gleich mal die Freundschaft anbieten. Oh ja. Das finde ich einfach nur toll. Ihr seid so süß. Und sie haben sofort Freundschaft geschlossen. Oh. Das war definitiv die richtigen. Entscheidung. Outfit ändern? Unsere Katze hat kein Outfit. Und dann können sie sich einmal streicheln. Oh. Ich freue mich so mit unserer Flora. Also ich glaube, sie ist richtig glücklich, weil sie jetzt endlich eine Katze hat. Und weil wir ihr ein Leckerchen gegeben haben, haben wir jetzt nur noch einen Simoleon. Wow. Ich weiß schon, was wir im nächsten Part machen werden. Jede Menge Geld verdienen. Denn an dieser Stelle werde ich den Part dann auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis Tschüss.. Bye.. Tschüss.. Bye..